Hallo und herzlich willkommen bei Prävention Digital. Ja, hallo, guten Morgen. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit, Hasenheide, Tempelhofer Feld und sehe ganz, ganz viele Joggerinnen, sehe viele Menschen, die schon morgens anfangen, ihr Boxtraining nach draußen zu verlagern. Bei dir ähnlich? Geht mir auch so, ja, ja. Ich auf dem Fahrrad sehe voll viele Leute joggen und dann sind da immer so Straßenecken, da machen Leute mit einem guten Abstand ihr Workout, Musik läuft und Kids fahren Inliner, Familien spielen, fangen. Das ist schon echt, da sind viele draußen und machen vor allem Sport, finde ich beachtlich. Ja, und dann haben wir überlegt, wir sprechen heute mal über den Sport und was Suchtprävention eigentlich damit zu tun hat. Ja, generell, Sport kann ja eine wahnsinnig große Menge für uns tun. Es kann uns stark machen, besonders in dieser Zeit ganz wichtig, das Immunsystem zu stärken, gut für Körper und Seele, für unsere Psychohygiene oder wie es auch genannt wird. Sport kann viel Bestätigung geben. Wir können zeigen, was wir können. Jetzt werden wir vielleicht draußen auch noch mehr gesehen. Ja, es macht Spaß, gemeinsam Sport zu machen, natürlich nur zu zweit derzeit. Jetzt können wir derzeit nicht in Sportvereine, aber online wird auch ganz, ganz viel angeboten für ein Homeworkout, zum Beispiel der LSB, der Landessportbund Berlin. Der bietet gerade zweimal täglich Sportangebote und ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, die online abgerufen werden können. Ja, das habe ich auch gesehen. Das ist echt ein cooles Angebot. Ist ja momentan auch echt eine anstrengende Zeit irgendwie, wenn man sich so umstellen muss, zu Hause arbeiten, ist nicht für alle total gewohnt oder macht irgendwie vielleicht der ein oder andere auch das erste Mal. Das ist schon echt eine Herausforderung, glaube ich, für viele. Ja, und Sport stärkt Teamgeist. Das finde ich immer total klasse da dran, auch wenn man es jetzt vielleicht im Team zu zweit macht. Genau, und dann gucken wir jetzt mal irgendwie auf Suchtprävention. Da sprechen wir ja immer davon, dass Schutzfaktoren gestärkt werden. Das kann man im Sport echt gut tun, wenn man zusammen Erfolg hat, wenn man zeigen kann, was man kann, was in einem steckt. Und die eigenen Grenzen auch kennenzulernen, ist ja auch echt eine wichtige Geschichte. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das jetzt mit Konsumverhalten eigentlich zu tun, weil das kam ja jetzt noch gar nicht so richtig raus, ist nicht so weit voneinander weg. Zum Beispiel der Kasten Bier nach dem Spiel ist ja was, was wir total gut kennen. Oder ich höre auch immer wieder oder kenne auch junge Leute, die vor Wettkämpfen Schmerzmittel nehmen, damit sie dann länger laufen können oder einfach schneller sind als die anderen und auch sagen, hey, dann kann ich über meine Grenzen raus. Und das ist natürlich was, da muss man so ein bisschen kritisch hingucken. Oder dass auch Leute sagen, hey, ich kenne mich voll gut im Sport aus, ich kann jetzt echt Geld setzen und dann kommt da voll was bei raus, weil ich kenne mich aus. Und dass das dann aber tatsächlich nach wie vor Glück ist und man nur durch Zufall was gewinnt, das ist vielen gar nicht so richtig klar. Oder wenn man gar nicht auf dem körperlichen Bereich bleibt, sondern jetzt auch mal schaut, was ist, ich bleibe auf der Couch sitzen, ich habe meine Konsole, ich zocke, ich kann FIFA zocken. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Oder eben auch dieses Gefühl von, ich bin Sportler oder eine Sportlerin, suggeriert, ich lebe gesund. Wer also raucht, unter anderem auch Shisha, kommt auch dazu, hat vielleicht auch weniger Puste und hält dementsprechend auch nicht so lange durch. Stimmt. Ja. Wichtig ist ja dann auch, wenn man mal so ein bisschen auf den Sport im Verein guckt, dass auch diejenigen, die da quasi das Sagen haben, dass die gut Bescheid wissen zu solchen Sachen. Das ist, glaube ich, was wir, ja, da kümmern wir uns ja immer wieder auch drum, da machen wir Veranstaltungen zu, Trainerinnen und Betreuer sind Vorbilder für die Kinder im Verein. Das ist, glaube ich, manchen durchaus bewusst, anderen nicht so sehr und die tragen Verantwortung und sollen Orientierung geben und da gehört natürlich auch das eine oder andere dazu. Also es ist zum Beispiel wichtig, wie sich der Trainer verhält, wenn jemand zu viel trinkt oder vor dem Wettkampf Medikamente nimmt und dass der sich dann eben auch traut, das anzusprechen. Selbst wenn er keine Beweise hat oder sie, weil die braucht man dafür nicht. Man hat was beobachtet und dann kann man das ansprechen und es wäre gut, wenn man sich auch zutraut, das anzusprechen, einfach weil man sich ja Sorgen macht, weil man sagt, Mensch, da ist was gerade nicht so ganz im Lot und da will ich mich kümmern. Genau und Trainerinnen und Trainer sind in einer ganz tollen Position. Sie haben nämlich auch die Möglichkeit, den Kindern und Jugendlichen diese Anerkennung einfach zu schenken und zu zeigen, die die Kinder und Jugendliche vielleicht von zu Hause eben nicht bekommen. Ja, das ist ja auch immer irgendwie Lob mitzugeben, kleine Fortschritte deutlich zu machen. Ja, es motiviert und beflügelt und kann nochmal zu ganz anderen Kräften kommen. Ja, das ist echt was, was immer super kommt, finde ich. Also da kriegen die immer alle gleich noch einen Schritt mehr. Richtig, ja. Ja, ist ja auch wichtig, dass bei Jugendspielen beispielsweise, dass man dann einfach auch bestimmte Regeln setzt oder Regeln vorschiebt, weil bei Jugendspielen, da haben zum Beispiel einfach Alkohol und Tabak nichts auf dem Platz zu suchen, wenn man jetzt mal von Platz oder eben auch der Halle spricht, auch für die Eltern, die sind ja Vorbild, kommen wir gleich vielleicht nochmal näher drauf. Aber eben auch zum Schutz von den Kids und den Jugendlichen, dass man da zeigt, was gehört wohin. Und ja, in guter Erinnerung habe ich eine Aktion, die wir mit dem Berliner Fußballverband zusammen gemacht haben. Die haben nämlich den Fußballvereinen entsprechende Banner zur Verfügung gestellt und auch einen entsprechenden Hinweis oder Hinweise nochmal an die Vereine geschickt. Und das ist echt vorbildlich, finde ich. Wahnsinnig vorbildlich. Also wir kennen wirklich ganz, ganz viele tolle Vereine, die sich wirklich richtig Gedanken machen, um eine tolle Vereinskultur zu gestalten, wo sich alle wohlfühlen, die gerne kommen, teilweise die ganzen Familien mit eingebunden sind, das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird, alle füreinander da sind, wo um sich gekümmert wird. Und vor allem dann auch, wenn es einmal nicht so gut geht, dass der Verein da auch ein Safe Space bieten kann, dass es eben nicht diese Auswege beispielsweise ins Alkohol oder Kiffen oder Glücksspiel gesucht werden. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die ganz, ganz doll vorbildlich ist. Ja, ja. Und wenn es dann so ein Gefühl gibt von, wir sind eine große Familie, dann ist es einfach für alle, gerade die, die es in anderen Kontexten nicht so gut haben, echt eine klasse Hilfe. Ja, was ist eigentlich mit den Eltern? Die sind ja auch diejenigen, die am Spielfeldrand stehen und wollen, dass ihre Kinder Höchstleistungen bringen, habe ich schon oft erlebt. Oder die dann eben am Spielfeldrand Bier trinken. Hast du bestimmt auch schon. Ja, naja, das ist gang und gäbe tatsächlich, dass bei Spielen vielleicht viel Alkohol getrunken wird, geraucht wird. Ja, ja, genau. Deswegen ja auch die Aktion vom BAV. Richtig, ja. Ja, gut ist, wenn die Eltern da irgendwie mit ins Boot geholt werden, wenn die auch mit an dem Strang ziehen. Ist natürlich immer gut, wenn man auch Leistungen befördert, wenn man sagt, Mensch, jetzt guck doch nochmal was, ob da nicht noch ein bisschen mehr in dir steckt. Aber das hat natürlich seine Grenzen. Und dann, finde ich, sollten Eltern da auch keinen Druck machen, weil manchmal haben die einfach eigene Ziele. Die sind nicht unbedingt immer die, die die Kids dann auch haben oder wo die sagen, ja, das kann ich leisten, das möchte ich leisten. Und die Eltern sind ja irgendwie auch Vorbild. Also ich denke, wenn die am Spielfeldrand stehen, dann ist das schon was, wo man ja auch Verhalten abguckt. Und dann wäre es wichtig, dass denen das auch bewusst ist, dass die mitkriegen, hey, so wie ich mich verhalte, da gucken jetzt auch andere Jüngere nach. Auch die größeren Kids und Jugendlichen im Übrigen. Auch die haben ja eine Verantwortung. Da wird genau geguckt. Ganz richtig. Ja, also was wir letztendlich nur sagen können, es macht Sport, bewegt euch, nutzt derzeit auch das Angebot, wirklich draußen unterwegs zu sein, die frische Luft. Das Wetter ist ja nun wirklich auf unserer Seite. So einfach, dass es euch gut tut. Trennt das auch vom Alkohol- und Tablettenkonsum. Das gehört einfach nicht zusammen. Smartphone kann auch mal zu Hause in der Tasche bleiben. Ja, Verein macht Spaß. Ihr trefft andere. Ihr könnt euch messen, könnt gemeinsam was erleben, dann, wenn es wieder an der Zeit ist, in den Verein zu gehen. Jetzt wird erstmal zu Hause oder draußen in Tempelhofer Feld, Hasenheide, in anderen vielen schönen Parks in Berlin, Sport gemacht und dann bald auch wieder zusammen. Genau, also es bleibt uns jetzt hier nur zu sagen, bleibt gesund. Ja, und wir sagen Tschüss, bis bald.